Hi, hier ist Martin von Brauseböter. Zur Anti-Körper-Session haben wir unseren alten Song Anti ausgegraben und neu eingespielt. Er ist von 1980 und bisher unveröffentlicht. Jedes Mal Anti Dazu hört ihr von uns noch eine Live-Aufnahme von Nerven geschädigt. Jedes Mal Anti und dabei hab ich nichts verpasst. Das alles Nichts verpasst! In der Anti-Körper-Session am 18. Oktober auf BIT.FM. Nichts! Nichts!